Hier ist AERIS Deutsche Fernsehen mit dem Tagesraum. Nachdem bekannt wurde, wie gut und gesund aktiv dynamisches Sitzen ist, kommt es zu besorgniserregenden Hamsterkäufen. In vielen Geschäften kam es zu schrecklichen Szenen bei Hamsterkäufen. Die Bevölkerung will 3D aktiv weich und wippend sitzen, um keine Rückenschmerzen mehr zu haben. Nun hat die Firma AERIS Impulsmöbel eine Sitzalternative entwickelt, um rückenfreundliches, 3D-aktives Sitzen zu ermöglichen und um Hamsterkäufe zu vermeiden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017